Guten Tag, hier haben wir ein Verdi Akkordeon Firma Hona, Verdi 3M. Der Balk ist auch ganz dick. C-Dur, G-Dur. Das ist alles. Moll. Sehr guter Zustand. Besser gehen ganz leicht. Septime zu 7. Per Mino. Jede Lager stimmt. Die Discount-Seite. Ganz schön. Klasse, die alten Stimmplatten. Perfekt gestimmt. Tonleiter C-Dur. Ganz lautes Instrument ist das. Chromatische Tonleiter. Zurück. Oktawe höher. Oktawe höher. vanity Schomburg. Das war ein großartiger Tonleiter. Das war ein großartiger Tonleiter. Oberer hat sich nicht vor allem. Und das war ein großartiger Tonleiter. Und das war ein großartiger Tonleiter. Rundleiterer. Die Bühne und die Kenne. In die Bühne und die Bühne und die Bühne. Dies hat er gar nicht. Ein großartiger Tonleiter. . 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